Eine gut gepflegte 2,5-Zimmer-Dachgeschosswohnung ist hier zu vermieten. Sie befindet sich in München. Das im Jahr 2002 erbaute Haus verfügt über zwei Etagen. Die Immobilie befindet sich in der zweiten Etage und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Schlafzimmer, ein Badezimmer und eine Einbauküche. Die Wohnfläche der Dachgeschosswohnung liegt bei ca. 104 Quadratmetern. Die Gesamtmiete dieser Dachgeschosswohnung beläuft sich auf 1.750 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung. Untertitelung des ZDF für funk, 2017